Wieso hat er mich jetzt so gekillt? Warum? Ich hab zwar ein schlechtes Aim, aber so schlimm? Warte mal Toll Also, da haben wir ja Schon mehr als das Item jetzt noch Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse Wollte aus, ich hab grad auf den Dienstweg angestopst Homo, oh Homo Mein Kollege ist wieder da, Kumpel Mio Kumpel Jimo Und ich hab's grad einfacher machen können So, nämlich Meine Fresse, der hat mich da eiskalt ausgenommen Der Pedo Der Pedobear, Alter So So Für hunderte Seite, mir egal Wow Da war Lack bei Lack Die Um Ja, schön Die waren alle tot So 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 Oh man, deine Muschi Du Homo Alter Da hab ich grad zurückgedrängt Das heißt, der ist komm wieder da Mann Mann Diese, diese Doofen Bescheuerten Dreckigen Idioten Echt Echt Boah Sorry For Flame, aber But This must be the one thing What I will Grade Weil das Ah Er mich gekillt hat Das glaub ich nicht, Mann Arschloch Echt Bah Bin ich sauer bei So Ach, wie doof ist das denn Aber jetzt kann ich das noch, so einigermaßen So 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 Ich will aber noch was holen Ich weiß nicht, ob ich da so jetzt rankomme Äh Wo waren das? Pfff Ja, okay Äh Spacken Marani Legt er sich eiskalt mit mir an Zeig mir mal, wie das aussieht hier Also So So sieht das also hier aus Hier kommen wir noch rein Mist Exchange Exchange So Tod Alles tot geklatscht Schon wieder gelandet Egal So Ähm Da müssen wir rein Da Müssen wir hier eben Sauber machen Ein bisschen sauber machen hier Dann geben wir nochmal eben hier in den Speicherpunkt So Und dann könnten wir eigentlich Jetzt mal eben, ja Speichern Weil äh Sonst mach ich nämlich noch nen Cut Ist zwar Doof gelaufen Ich lass die Niederlage von In Google Gleich auch nicht auf mir sitzen Ganz klar Äh Ich wollte grad sagen Ja Bloß wir müssen uns jetzt aufrüsten Und ähm Ja Wir können jetzt noch ein bisschen laufen Alter, wie dumm ist das denn geregelt Ähm So So und ihr seht schon Zack Warum wir so viele Powerbomben bekommen, verstehe ich den ganzen Tag nicht So und So Ich hab den normalen Eingang bekommen Soll ich das nutzen Tse Puh, puh, puh Ich kann den normalen Eingang nehmen Ich geh nimm gleich die Front hier Nicht die Geheimtus Sondern gleich die nach vorne rein Ich bester gleich so rein, ey Ey weißt du was Ich versuche ihn jetzt nochmal Shitty Groll Eigentlich hätte ich nicht sterben dürfen Aber Was soll's Ist halt so passiert Und Jetzt muss ich ja mal gucken wo ich lang muss Hier geht mir nur noch lang Das ist das Hier geht mir nur lang Wo will ich jetzt da hin Hm Ich will da lang Ich will da lang Ich will da lang Ich will da lang Das heißt die Laserpistole Schade dass man die nicht anwenden kann Kann nämlich diese Dings verstören Die Beschweite ist nass Die Beschweite ist nass So, puh, ja Tschüss Ich weiß ich geh grad voll den Umweg Aber what the fuck Ist mir das egal Da 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 So, ähm So, können wir da nicht lang, aber wir können hier lang, wir können hier lang, wir müssen unter uns ist irgend noch ein Item gewesen, ich weiß bloß nicht, wenn man rankommt. Das war es auch ein Item gewesen, ich weiß bloß, wir können hier nicht verletzen, ich weiß bloß. geht das so was bringt mir das gar nichts toll die weltraumpiraten sind so naja ich sag's mal jetzt nicht so ja darum immer noch so ein halbes besinnliches let's play wenn was ich nicht mehr geschafft da bleibt er eben gerade in gradigen aktion aber egal man ich spiele voll schlecht heute und zwar jetzt gerade spiele ich voll schlecht mann junge hab da du auch so jetzt laden wir uns nochmal auf und dann gibt es hier razzilfazilbutzibar dann gibt es hier tote aber nur einen nämlich ridley nämlich mecha ridley so heißt er nämlich der pedo onkel der gerne hüpfen tut aber jetzt nicht mehr jetzt sehen wir mal hier den chaos echt ey ich hab das geschwitzt das gezwitscher der vögel nicht so weil ich hab mir wie gesagt ähm nehm mein fenster auf und 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 um mich komplett einzuschlafen so jetzt werden geste so 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 So, mehr gebe ich nicht aus Und jetzt wird er so gebashed, Mann Kennen wir schon Ich schwöre mal ihm vor So So, der nächste Schuss geht bei dir in den Tode, ey So So, ich hab nur gesagt, jetzt wirst du gebashed Dass ich mir den falschen Samus Aran eingelegt Eben gerade So, ich hab gezögert Ach, Junge Mann, jetzt krieg ich schon wieder Oh, ja, komm Junge, du bist ein Arschloch Ich weiß es Ja, jetzt krieg ich noch aufs Maul, oder was? Ja, ist klar, Alter Echt, ey Kann nicht sein Mann Ich schieß doch die ganze Zeit rauf, Mann Ja, ist tot Ach, komm Ich hab die ganze Zeit Mann Cut Echt, ey Bis gleich